Der Herzog von Sussex, der immer noch mit seiner Cousine spricht, hat die königliche Familie besorgt und genießt oft eine wundervolle Zeit zusammen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex traten 2020 von der königlichen Familie zurück und zogen nach Montecito, Kalifornien. Die Beziehungen zur Institution wurden angespannt, und Berichte deuten darauf hin, dass ihre Beziehung zu Mitgliedern der königlichen Familie distanzierter wurde. Dennoch bleiben das Paar und Eugenie, die jetzt eine Insiderin im Palast ist, behaupten, dass die Offiziellen in der Firma besorgt darüber sind, was die Sussexes von der Cousine über die Freundschaft hören könnten. Die Quelle sagte dem Magazin Heat, sie haben so viel gemeinsam, die Kinder, ein gemeinsames Interesse an Wohltätigkeitsarbeit, und Harry spricht gerne mit seiner Cousine, jedes Mal, wenn er Schwierigkeiten in seinem Leben hat, während Meghan versucht, an sie heranzutreten, um Informationen zu erinnern. Die Insiderquelle setzte fort, es ist bedauerlich, dass Eugenie so eng mit den Sussexes ist. Die königliche Familie macht sich Sorgen, weil Eugenie immer noch über vieles informiert ist, was im Buckingham Palace vor sich geht. Daher besteht die Sorge, was sie ihnen erzählen könnte und was sie vielleicht sogar unbeabsichtigt enthüllen könnte. Der Palast könnte besorgt sein, was um Harry und Meghan herum gesagt wird, nachdem Harry's Mimwaren veröffentlicht wurden. Einige Kommentatoren sagen, dass es wirklich traurig wäre, wenn dies wahr ist. Es gab Gerüchte, dass Eugenie sich geweigert hat, die Sussexes in Portugal zu treffen, aber sie haben definitiv immer noch die Telefonnummern des anderen, sodass sie jederzeit einen Termin vereinbaren können. Es wird berichtet, dass Prinzessin Eugenie starke Warnungen bezüglich Frogmore Cottage erhalten hat. Meghan Markle und Prinz Harry wurden im März aus Frogmore vertrieben, aber seit sie das Anwesen verlassen haben, nutzten Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann, Jack Brooksbank, das Anwesen als ihrem Wohnsitz im Vereinigten Königreich. Trotz Eugenies kürzlicher Geburt warnte eine Quelle davor, dass sie vertrieben werden könnte, wenn ihr Vater, Prinz Andrew, nicht eingreift. Im März wurde berichtet, dass die Sussexes traurig über den Verlust ihrer englischen Basis waren, aber froh waren, dass Eugenie dort blieb. Sussexes sind enttäuscht von der Entscheidung, aber könnten nicht glücklicher sein, dass Eugenie und Jack es übernehmen werden, enthüllt die eine Quelle. Sie haben in den letzten Jahren ohnehin immer wieder dort übernachtet. Die Frühjahrsentscheidung hat die Zukunft der Sussexes in Harrys Heimatland vorweggenommen. Diese Zwangsräumung bedeutet sicherlich das Ende von Harrys und Meghans Zeit im Vereinigten Königreich, gab eine Quelle gegenüber einer Veröffentlichung zu. Andrew widersetzt sich der Idee, ins Frogmore Cottage zu ziehen, nachdem ihm dies letzte Woche angeboten wurde. Der Insider fügte hinzu, dass es zeigt, dass Harry und Meghan machtlos sind, die Zwangsräumung zu stoppen. Laut einer Quelle wurde Prinz Andrew mitgeteilt, dass das Haus bis Ende des Jahres auf dem Mietmarkt stehen wird. In diesem Fall würde der kommerzielle Mietpreis für das Anwesen vom Crown Estate etwa 360.000 Pfund pro Jahr betragen. Nahestehende Quellen der Jux haben auch enthüllt, dass die Entscheidung den Herzog beunruhigt, da seine Töchter Beatrice und Eugenie das Anwesen nutzen, das seit der Zwangsräumung von Prinz Harry und Meghan Markle im Juli leer stand. Die Schlüssel von Frogmore wurden Andrew Anfang dieses Jahres übergeben, damit er aus dem Royal Lodge ausziehen kann, sagte die Quelle. Er ist nicht eingezogen, aber er hat seinen Töchtern erlaubt, das Anwesen zu nutzen, wenn sie das Windsor-Anwesen besuchen. König Charles hat davor gewarnt, dass, wenn Prinzessin Eugenie aus dem Palastgelände verbannt wird, dies als eine Warnung angesehen werden könnte, da sie immer noch in Kontakt steht und königliche Informationen an Meghan und Harry weitergibt.